Hey, sehr gut, hier ist wieder euer Keanu, zurück bei Donkey Kong Country und mit dabei wieder der... WeHawkLP, der komische Geräusche machen kann, laut Keanu. Mhm, jetzt bist du dir aber zu feige, die zu machen, ne? Habe ich schon jemals in diesem Let's Player ein komisches Geräusch von mir gegeben. Nein, niemals! Oh nein, ey, jetzt springt der auch noch neben den Reifen. Als ob ich nicht schon genug Scheiße gebaut hätte, ey. Mann! Sprüge ihn in den Schnabel. Ey, ey, das langsam reicht's. Das ist doch nicht mehr schön. Jetzt hab ich doch mal ein abgespacktes Geräusch gemacht. Ich wette, dieser Geier hat ein Action-Replay. Ey, wieso geht denn der bei mir immer so hoch? Du sollst nicht so hochgehen, da treffe ich dich nicht. Ey, du Penner! Ja, siehste, mir macht er das absichtlich. Bei mir macht er das auch. Bei dir geht er nicht ganz so hoch, oder? Habe ich manchmal so das Gefühl. Bei mir ist er manchmal in der Mitte, da würde ich ihn auch treffen. Guck doch mal, wie hoch der bei mir ist. Wie kommst du so hoch? Ich springe dann da gegen seinen Schnabel und siehste, genau das passiert mir nämlich die ganze Zeit. Weil ich die Sprungtaste gedrückt halte. Ich doch aber auch und trotzdem irgendwie will er nicht... Oh, leck mich, du Penner. Ja, das ist eine richtig gute Höhe. So mag... Nein! Nein, nein, nein! Ja! So mag ich das und... Nein! So mag ich das. Nein! 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 Doch! Wir brauchen jetzt einen ganz Sympathen diesen blöden... Nein! Warte mal. Der hat Ähnlichkeit mit Falco, oder nicht? Vom Schnabel her? Der hat doch auch so einen geschminkten Schnabel. Oh, dieser Penner! Dieser Penner! Dieser Penner! Jag! Jag? Oh, da kommst du nicht hoch. Nee. 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 Wie wird nicht dazu drücken? Nee, 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 nee! Ausrastmodus bei WeHawk LP. Oh, nee. Das glaube ich doch jetzt nicht. Boah, ich bin mal wieder über die erste Runde hingekommen. Wow, ey. Nee, ey, das ist nicht wahr. Ey, wie unfair. Dass du auf die Nuss noch drauf fallen kannst. Fällt auf die Nuss drauf, ja? Sie wird nicht irgendwie auf ihn geworfen, sondern er fällt nur drauf. Wieso tötet ihn das? Ich bin ein dummes Nusschen, yeah. Du bist ein dummes Nusschen, yeah. Oder wie ging das Lied noch? Keine Ahnung, ich kenne nur, wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Ja, 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 okay, alles klar. Hat der auch kein Glück gebracht, schade. Huh! Siehst du, man kann der Nuss doch ausweichen, wenn man unter der Google-Schutz sucht. Du hast doch gerade gesehen, dass das in die Ecke hüpft, die Nuss. Wie soll man da ausweichen? Sieh, ja, 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 ja. Doch muss man das wie treffen. 100 Mal. Ja, das ist gut. Ja, wir haben schon zweimal. Wir werden immer besser. Bald haben wir dreimal. Und dann in 100 Parts haben wir dann vielleicht auch das 100. Mal. Wir sind bei dem schon auf viermal gekommen. Ach, viermal. Viermal ist doch was für Loser. Wie oft muss man das wie treffen? Bestimmt nur fünfmal. Ich bin sicher, wir sind kurz davor. Ja, wir sind wirklich kurz davor. Wir sind kurz davor, alles über den Haufen zu werfen, was wir uns mit diesem Projekt hier erarbeitet haben. Herrlich. Super. Nein, du Penner. Du kriegst jetzt eine... Das ist doch gemein hier, da kann man doch überhaupt nichts machen. Du hast eine Nuss in deine Nuss gekriegt. Ja. Irgendwie. Ja. Kollege? Jawoll. Halt die Fresse. Fuck. Fuck. Nein! Ich hab schon gewusst, dass das nicht gut wird. Ich wollte es gerade sagen. Oh, diesmal musste ich nicht sagen, dass du drücken sollst. Fuck. 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 oh jetzt treppe ich ihn ja nein man kann unter seiner man kann unter seiner gurgel keinen schutz suchen das geht nicht wenn uns gespielt macht wenn man nicht so ein user ist wie du dann schaffen das natürlich ja sag's doch gleich so das ist doch gemein ist nicht fünfmal getroffen zack was war das gerade bei mir ein treff oder nicht das hat mich verwirrt es war kein treffer da kannst du nicht ausweichen das ist absolut unmöglich wie sexuell sexuell oh mein gott das werde ich ja auch gleich erregt dich der geier ja mein dieser lange hals das hat irgendwie etwas fallisches na das wär das gehst du gleich zu deiner frau und sagst ihr ich will einen geier haben das bist du überbringt und dann auf diesen part hier verweisen was denkst du würde deine frau dazu sagen ich glaube sie würde die ganze sache noch mal überdenken mit mir oh nee ich glaube mit deinem schnabel kannst du alles abwehren und diesen geier nennst du dann war lieber ja das ist mein geier wally ich kann nicht mehr padufig macht das jetzt Ja, na na na! Ja, na na na! Du meinst du wieder! Ey, euer Reafirts! Ja, wie war das mit den satanischen Botschaften von Mazda? Hm? Wobei, wo hast du da was satanisches rausgehört? Egal! Der sagt das nur, ey, wie, Hork, wohin? Egal! Ich glaube, ich spame das gleich mal Audio hier drin. Das war eine Anmerkung für mich beim Bearbeiten des Videos. Und die Sprung-Taste hängt wieder. Und die Skill-Taste hängt wieder. Nein, sie hängt noch nicht ganz. Ich bin tatsächlich mal ausgewichen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Don't get too cocky, we Hawk. Sag noch was mit. Ich will diesen Typen nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Fuck. Konntest ja nicht die ganze Zeit so gut gehen. Ja! Nein! Nein! Du hinderst den doch nur daran, dass er spuckt. Du musst warten, bis er alle losgespuckt hat. Ja, das Problem ist, ich hätte gedacht, dass es das war. Nein. Jetzt sag nicht, dass man den sechs Mal treffen muss. Oder habe ich einfach noch falsch gezählt? Du hast ihn gar nicht getroffen. Wie? Ich sagte doch... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn gerade getroffen hatte. Du, der wird erst verwundbar, sobald er alle Nüsse losgespuckt hat. Ach so, okay. Jetzt ist er verwundbar. Jetzt musst du warten, bis er zwei Nüsse losgespuckt hat. Okay. Ach, der Dreck. Jetzt musst du warten, bis er drei losgespuckt hat. Ach, Mist. Mist, ey. Fuck. Mit dem Zehensp... Nagel. Sonst jetzt musst du auf fünf Nüsse warten. Boah! So lange kann ich nicht warten. Du willst lieber vorher sterben, oder? Ja. So sieht's aus. Ich will nicht mehr, ey. Ich hab die Schnauze voll von dem Typen. Denk dran, das ist Nackys Wache. Ja! Fuck, ey! Das war ja mal... fast ne Höchstleistung von dir. Hm. Ist aber nichts wert, wenn man ihn nicht besiegt. Falsi! Oh, man. Das will doch auch langsam keiner mehr sehen. Mal im Ernst. Das ist doch... Ich hab ihn nicht getroffen, dann machen wir ihn oft kein Versuch. Das schaffst du jetzt. Huuuuh! Ja, ich hab ihn noch getroffen, den Bixer. Ja, es ist schön. Mittlerweile kann ich den Nüssen, die so schnell kommen, ausweichen, aber sobald ich dann wieder nach vorne renne, werd ich getroffen. So ein Mist. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich springen muss, wenn ich wieder nach vorne will. Da warte ich wohl am besten einfach ab, bis er alle hat. Hm. Irgendwann schaffen wir das schon. So, einmal hindern, dass dein Nüsse spuckt. Zack. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. Boah, ey, du Penner. Ich danke dir. Ich hasse dich. Auf diese Situation hab ich gewartet, danke. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Eigentlich hast du die ganze Arbeit gemacht. Das ist egal, ich habe den Ruf. Ich habe den Finaltrag. Oh nein. Ja, mach. Oh nein. Könntest du bitte safe staten? Moment. Weil wir haben ja keinen Speicherdingen, wir haben ja nicht gespeichert, wir Trottel. Ich muss den Ton etwas lauter stellen, weil der ist ein bisschen sehr abgespackt. Da, 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 da. So. Was? Es geht ja schon los. Mhm. So, ich hab jetzt kurz ein safe state gemacht. Aber hoffentlich, bevor ich abgekratzt bin. Ähm, soll ich dazu eine Antwort geben? Okay, super. Alter, schaff ich. Ja, das ist ja wohl wirklich das Einfachste noch hier. Sag ich ja. Ähm, Moment. Geh mal zurück zu einer der anderen. Mhm. Was? Oh, oder? Ist egal. Damit wir scheißen können. Ja. Ich will nicht mehr. Und jetzt geh zu Candy. Hallo. Hallo, Candy. Hallo. Ich geh in die Gong. Und das ist mein Zahnrad. Okay. Und jetzt geh zu Funky. Zurück. Genau. Miau. 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 Nein. Das klang eher wie eine Katze. So, aber warte, geh noch nicht rein. Denn dann beenden wir den Part an der Stelle. Tschüss. Tschüss, genau. Kurz und knackig. Richtig. destamoment. Bis zum nächsten Mal.